Einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde natürlich nicht den absoluten Anfängerfehler begehen und als Nicht-Grafiker den Designern erzählen, was in Version 2 der neuen Affinity Suite so toll ist. Trotzdem habe ich mir die Apps zum Einmal kaufen natürlich angeschaut. Speziell für iPadOS ist es ein großes, ist es ein wichtiges Software-Bundle. Deshalb darf es hier nicht unerwähnt bleiben.